Fick dich! Alter, warum mach ich denn so wenig Schaden, ey? Das ist doch voll ächzen. Ja, das kommt noch. Baby, ich mach hier. Boah, ich dachte gerade, Tobi ist ein Gegner. Danke. Weil der so durchs Wall-A-Shost kam. Genau, guck mal, was hier ist! Alter, das ist aber gar nichts gegen Mount Mali. Ja. Ach, die sind doch einfach. Mh, Arschleck. Ey, nehm dir schon, mein Hitler. Ey, hilf mir, hilf mir, ich mach dich tot. Leute, ich kann hier nicht weg, ich bin festgepackt. Ey. Leute, ich hab's grad noch so geschafft. Aber Geschützausfahren, wa? Ja, das geht auch früh, Loris. Oh, noch so ein Vieh! Also, die übertreiben. Also, alleine ist es hier wesentlich leichter. Ja, klar. Hier kommen dann nur Babys-Gags. Boah. Boah. Ach, ich heil mich, wenn ich... Ja, du generierst dich richtig schnell dort. Krass. Dann benutze ich, hab ich immer fast nur deswegen benutzt. Ja, toll, das wusste ich ja nicht. Aber jetzt weiß ich's. Alter, mein SMG stinkt langsam auch klapp. Ich werd langsam schon bisschen zielsicherer. Mein Geld! Ey! 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 Wo kann ich noch mal gucken, nach meinen Kenntnissen? K. P. 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 Ach, cool. Das ist richtig. Du, äh, wenn umso mehr du mit einer Waffe schießt und so ein Scheiß bist, bist du besser mit der Waffe immer. Hier kommt ein Badass, ne? Oh. Nein, ein Knallharter. Oh, ja. Er ist schon ein Knallharter. Zwei. Ein paar Granaten mehr. Aha. Ich rasse voll aus mit der Nase. Nächstes Mal mehr im brennende Psychos nicht mit Feuer bekämpfen. Er ist mit 6 Granaten hingeworfen. Loll, kommt ein Knallharter Psycho. Alter, ich hab schon fast gar keine Munni mehr. Wie will ich denn mal einen Marni killen? Wieder zurücklaufen. Loll, feier SMG. Nein! Loll, besser als es meins gibt. Nein, ich hab keine Munni mehr. Ey, können wir mir helfen? Wo bist du dahinter? Alter, wie viel Munition ich in die reinballern muss, wa? Oh, bei einer Psyche. Lena ist in den Tag. Oh mein Gott. Ich muss kurz Munni kaufen gehen. Ich muss auch Munni kaufen. Ich hab nur noch 40 Schuss. Ich hab gar keinen mehr. Ich hätte eben voll. Wo schießt dann? Weil immer nach da oben. Das zu weit weg von uns war. Wir brauchen, wir brauchen Sniper. Geht grad nicht. Ich treff' ihn. Ich treff' ihn. SMG. Er brennt. Tot. Ich hab' ein grünes SMG aufgehoben. Aber 15 Schaden nur. Ja, meins hat auch nur 15. Und dann... 80 Zielgenauigkeit und Feuerrate 6,9. Das ist mein altes. Glaube ich. Wir brauchen gesagt, bitte. Ach so, ne. 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 Der kann gar nichts. Wieso hast du den noch? Wieso hast du den noch? Der liegt in Revo Tobi. Weil, weil ich nichts anderes hatte. Da hat das weiße Ding da. Aber ich hab' den Netz. Darf ich den haben? Na, ne. Geld! Boah. Ja, das ist so voll. Mach' mich mal voll geil, wenn ich Geld aufhebe. So war' weiter, oder? Ich hab' heute find' so viel Geld im Relife. Oh, das ist ja richtig cool. Da liegt irgendwas Grünes da oben. Da kommt aber keiner dran. Doch, da kommt man dran. Nein, kommt man nicht. Da kannst du nicht hoch. Was ist denn das? Das ist ne Pistol. Wo? Wo denn? Da ganz oben, wo dieser Typ da stand. Ach da! Ja, da im Anmarsch. Loi. Loi, falsche Waffe. Immer noch falsche Waffe. Kleber-Rebus. Alter, dieser Typ kann nicht stillstehen, Alter. Ich weiß Psycho. Ihr denkt mir, hab' ich werfe Granaten. Oh, verdammt. Nice. Ich hab' ihn gekillt. Haha. Nein. Erlaub' ich dir nicht. Ja, wenn in meiner Nähe was explodiert, dann... ...druck geht's gar nicht voll. Alter, diese... Boah, hat sie sich weggefetzt. Guck mal an seinen Arm, Alter. Haha. Die ist hier so falsch, die sich steckelt, ne? Schieß dir jetzt genau in den Kopf. Ich hab' ihn gebraucht. Oh, ich schlafe... ...Mashingun. Wieso liegt der bei euch zerstückelt rum? Bei mir liegt der richtig zerstückelt rum. Mit deinen armen Beinen liegen da einzeln rum. Hier auch. Bei mir überhaupt nicht. Das ist ja folgend Scheiße, Alter. Hast du die 16er-Version? Ich glaub, sie kaufen mir Borderlands 1 nochmal fürs Team. Bei mir ist nur der Arm ab. Bei mir ist nur der Arm ab. Wow! Alter. Hat jemand Lust auf... auf Gummierte? Haha. Hier liegt ne... Ah, eine weiße Piste. Äh, nur Peter. Äh, nur Peter. Äh, nur ein Piste. Äh, nur ein Piste. Genau jetzt kommen die Gags hier hin, oder was? Hm. Vielleicht hast du halt Ellen da getroppt. Schild von Atlas. Verschließt schlechter als meins. Lalalala, nicht die, nicht die... Oh, du Strottel, ey. Du Strottel, Loris. Habt ihr hier schon wieder geguckt? Habt ihr schon hier überall drauf? Wart ihr schon hier überall drauf? Wohin? Aufm Haus hier drauf? Oh je, ist nix. Ist der was? Ne, ne, ist nix. Ne, da war ich auch schon. Der war auch easy. Los, komm zu Mount Mali. Ja, die müssen gleich kommen auf ihn. Wir müssen... Welcher ist der schwächere von ihm? Ich glaube, Mo. Oh, ich kann auch noch wegsehen. Der Feuer ist ein bisschen schwächer. Kann ich gehen? Soll ich da hinlaufen? Soll ich da hinlaufen? Soll ich da hinlaufen? Weil wir alle erstmal auf Mo gehen. Weil der schwächer ist. Dann ist es besser, wenn einer erstmal weg ist. Leute, filmen. Komm mit. Ey, da verpiss dich mal, du scheiße Gags. Die Leute, die mich verarschen hat. Oh oh. Oh oh. Aufhörst du dich, Mo. Ich dachte, es ist normal. Ey Mo. Ja, komm. Stirb doch! Krass dich das anhört bei ihm. Ey, Loris ist hinter dir, ne? Ich stehe da mal ein bisschen abgehauen. Alter, was hier alles ist. Oh, noch ein Feuer. Das ist so schwer, wenn man vier Leuten spielt. Und zwar ist es viel einfacher. Leil. Nee, ne? Helf mir. Helf mir. Hier. Hier bin ich. Neo, hinter dir. Komm her. Boah, Alter. Ich muss den erstmal killen. Ey, irgendwann hat halt scheiß Rotpunkt weg. Das blendet eigentlich voll der Rotpunkt. Oh, Alter. hat hier halt rumliegt, wa? Boah, kein Geld. Pass gar nichts auf hier. Das Geld hab ich alles schon gelootet. Nee, ich brauch Muni sowieso. Nein, ich brauch Muni. Aber du brauchst nicht meine Muni. Ich brauch die, die hier ohne eine rumliegt, und zwar die Riffle Muni. Alter, wo ist ein Mauder hinten? Ah, ich kann mein Skill wieder einsetzen. Geh mal auf den da drauf. Auf wem? Auf den da. Du Lilian. Ja. Nein! Alter, du gehst so drauf. Geil, sieben Damage. Alter! Okay, ich bin tot. Ah, ich bin tot! Oh. Aber sag ich, wenn Mali so electrolyzed? Geht ja auch so gut. Ich dachte, wir gehst zuerst auf den Mund. Lass mich den Killing! Ja, da kommt erst auf den Mund. Oh, du Spacken, Loris. Schild. Ich weiß, kann mein Schild euch wiederbeleben. Oh! Oh, scheiße, ich bin tot. Zwei Damage, Junge. Aha, beschützt mich! Okay. Keine Nominie mehr. Fuck. Ja, okay. Jetzt glaub ich, sind wir alle tot. Loll. Fliegt hier nicht irgendwas billiges rum? Hinter, hinter Dings. Ist egal, nichts gerade. Eiferskeck. Eiferskeck ist auch billig. Ich bin tot. 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 Ich habe eh null Muni. Lo! Lo, Alter, wo ich hingefetzt bin. Voll in den Kaktus rein. Ist doch geil. Messern. 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 Komm schnell hin, bis da schnell hin, sonst sind die wieder generiert. Nein, und tschüss. Erstmal Muni. Soll, Alter, von ganz von vorne. Hm. Hm. Weil wir die Checkpoints nicht richtig abgelaufen sind. Hier ist einer. So. Ah, jetzt ist er grün. Da müssen wir mal ein bisschen drauf achten. Das ist scheiße, wenn wir so weit laufen müssen. Ja, das macht jetzt gerade nichts, weil wir den Checkpoint hier wieder aktivieren. Die sind wieder voll. Ach, scheiße. Wir haben eh nicht viel verloren. Wo sind die eigentlich? Der ganze... Der ganze... Keine Ahnung. Scheiße, hab ich mich auch... Jetzt hab ich auch für den Skill eingesetzt. Also ich hab die voll getroffen mit meinen... Granaten. Ey, Moe ist gar nicht so schwer. Sieht machbar aus. Ich mach dem 3 oder 15 Schaden, Alter. Mit der... Du musst aufm Arsch hauen, ich hoffe. Nicht vorne. Arsch. Ja, vorne hat die so ne Pumps drauf. Vorne? Aufm Arsch? Hä? Nein, er meint ich soll nicht auf die Panzerung hauen. Ja. Okay, das macht schon ein bisschen mehr Schaden. Komm hier rein, dann kriegst du Leben. Tod. Wo ist er denn? Nein. Oh, das ist Mardi. Wo ist Moe? Da. Ein Drittel haben wir. Oh. 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 Oh, ich schieße. Ich glaub die hören dich. Ja, sollt nicht so... Alter. Ja. Ja. Haha. Mann, jetzt ist das Ding aufgerissen. Oh, fuck ey. Haha. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, warum rennt der denn immer weg, der Tenner? Ich hab 51 AP. Okay. Nein, verdammt. Hilft mir wer? Ja, ich komme, ich komme. Oh. Ich bin auch down. Ich geh schnell weg, damit der nicht voll ist. Ja, bei dir dich. So. Ja. Mein Mikro ist wieder heil. Geht mit, alles klar. Okay, ich bin tot. Komplett. Panzerfahrer. Ich glaub ich ist grad falsch, Punkt. Und jetzt ist das Amphi-Velker. No. Geh lang. Geh lang. Mauer nur noch ein Drittel weg. Ach, parllyche Waffe.